Hallihallo. Willkommen zu Assassin's Creed Hugu. Du... Wer hat das gemacht? Get him! Wer? Seid ihr das? Wie lange ist das her? Ah! Wo bleiben meine Manieren? Vielen Dank, mein Freund, danke! Aber was treibt ihr in Paris? Mit allem nötigen Respekt, Sir. Keine Zeit zu reden. Ihr seid immer noch in Gefahr. Ja, ich... Ich... Ich muss zu meiner Familie. Ich brauche die Schmerzen. Was haben Sie hier nicht? Ja, wir wollen das nicht! Also, ich muss hier loswerden. Alle sind nicht in Gefahr. Also, wir brauchen wir die Schmerzen. Bitte wartet auf mich. Ich muss erst wissen, ob meine Familie sicher ist. Ich kann mich nicht mehr in den Händen geben. Das war's. Was ist das? Ich muss auch ganz gut sein. Ich muss auch ganz gut sein. Sie sind alle, wohl auch, diese Halunken, haben uns verfolgt. Da sind noch mehr. Wie, wie habt ihr das gemacht? Was für ein Glück. Ich mache mir mein Glück, Master Franklin. So wie ihr wohl auch. Ja, in der Tat, mein Bester. Tja, ohne euren Beistand heute. Nun, euch gebt mein Dank, Shay. Kann ich irgendetwas für euch tun, als Gegenleistung für eure Güte? Ja, das könnt ihr. Es geht um einen Geschäftsfreund. Ich hörte, er sei im Chateau de Versailles in zwei Tagen. Und sie lassen nicht jedermann in den königlichen Palast. Nun gut, mal sehen, was ich tun kann. Das heißt? Oh. Das ist so dämlich. Was hat er getan? Mehr können wir jetzt nicht tun. Wir sequenzieren weiter gestörte Erinnerungen. Deswegen haben wir Probleme. Was schlagen Sie vor? Wenn wir mit Chase leben in den Kolonien fortfahren, erhalten wir bessere Ergebnisse aus den Paris-Erinnerungen. Halten Sie mich auf dem Laufen? Lade jetzt die nächste Erinnerung hoch. Ich will gerne mal wissen, wer war der Pirat, der von seinem eigenen Sohn gekillt wurde. Wir haben bis zum letzten Mal gekämpft. Und, ja. Weil ich habe noch einen. Ich stelle mir, dass er dann vorbei ist, will ich nochmal. Gist, wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er... Ja, wir können uns tatsächlich den nächsten Tag sehen. Vielleicht machen wir doch noch zwei. Dann sehen wir uns. Tschüss.